Oh, hier kommt noch ein anderes Team mit. Es sind zwei, äh, drei andere Teams. Äh, sind welche draußen an den Kisten. Gehst du rein? Ja, ich bin dran. Ich versuche irgendwie das Haus zu looten, um danach zu kommen. Das laggt wieder, das Server laggt. Ich komm nach. Wenn der lag mich lässt. Okay. Sind alle tot? Ja, alle tot. Doch nicht. Einer ist noch. Hat einen Headshot. Genau, genau der. Das ist ja wirklich brutal am laggen jetzt. Ja. Oh, hinter mir. Ich muss gerade alleine mein Ding hier machen. Ich hoffe, du schaffst es da. Ja, ich komm jetzt zu dir. Ich hab hier noch einen. Die laufen da alle rein. Oh, ich hab einen gesehen. Guten Abend, Tangai. Grüße. Knocked. Sauber. Ähm, gehen wir ran? Jo, schon sagen. Ich hab mal hier einen Nade rein. War das deine Ult? Ja. Einer ist low. Kein Armor. Ich seh nichts mehr. Ich glaub ich hab einen. Ja, das waren sie alle. Okay. Hey, diese Ult, die hat mich gerade so richtig kaputt gehauen. Das sieht aber immer schlimmer aus als es ist. Ich glaub der andere hat seine auch geworfen. Das war nicht nur meine. Na dann. Bin ready. Oh, der Kumpel wird abgeknallt. Heavy Ammo brauche ich vielleicht noch ein bisschen. Unser Freund braucht Hilfe. Heilen. Wir sind noch nicht ready. Hier ist ein Drop reingekommen. Was zur Hölle. Ich heil immer noch gerade hoch. Wie viele siehst du? Zwei Leute mindestens. Unten drin? Ja. Okay. Waren glaub ich alle. Okay, Spitfire wird meine neue Mainwaffe. Die hat eine goldene Prowler, falls du die möchtest. Ja, klar. Das Ding ist ja so cool. Ich kann damit einfach durchziehen, weil das so viel Muni hat auch. Ja. Ja, wollen wir dann zur Hülle gehen? Ja, würde ich sagen. Der Main ist ja sowieso noch. Irgendwie da hinten. Ja, da ist immer noch da. Ah Mist. Oh ja, ich seh die schon. Vorsicht. Shit, shit, shit. Na bitte nicht. Oh. Haben die uns nicht gespottet? Was tut der denn? Der rennt einfach raus. Hast gesehen der eine hier. Oh, vielleicht wollen die den Maid racen. Ich werfe meinen Ult hin. Einer. Ne, ne, ne. Kein Schild. Kein Schild. Okay, ich hab auch kein Schild mehr. Ich hab den einartig unsichtbar gemacht, leider. Hab einen. Der da hinten weggelaufen ist, der ist noch da. Noch fest. Okay. Bei mir. Ja, ist der sauber. Die Gegner müssen irgendwo vor uns sein hier. Ich hab da einen laufen sehen vorhin. Ja. Da oben läuft er. Drei Stück. Ich werde eine Zipline hauen. Jo. Die müssen uns schon hören. Ich hab die grad gehört. Die fighten. Ja. Und jetzt, jetzt guckt er nachher aus. Äh, rechts im Haus. Links ist einer noch. Rechts kein Schild mehr. Ich hab einen mit der Nate. Hier sind zwei oder drei noch drin. Hab ihn gefinisht. Okay. Hier in diesem Haus sind noch sehr viele. Ja. Ah ja, seh ich. Oder hör ich. Ich bin oben rauf. Granaten rein. Ich komm von hinten rein. Bei mir ist einer. uppl Administration. Genau. Uh. Die noch nicht приготов sein. Ja. Oh, hier sind welche Stiele. Oh, hier sind deine Schilder. Oh. Ich muss heilen. Einer Wind. Einer noch. Oh. 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 Alle drei weg. Ein Magazin hat reicht, um zwei Leute zu knocken. Ich would sogar noch den dritten knocken können, glaube ich. Oh. Oh. Oh, Shit. Dieses Spitfire. Hier bin wieder voll. Ganz hinten in dem Ding drin Wir müssen aber auch rüber zu denen leider Sind die oben in diesem schwebenden Ding? Bei der roten Markierung sind die Das ist so ein Haus Da kann ich mit meinem MG nicht viel machen Einer hat einen fetten Hit 40 Schaden bei einem Da führt halt eine Zip-Line rein Ich weiß nicht, wenn ich eine Zip-Line dahin mache Dann schießt die jetzt runter Das ist nur noch ein Squad Hier an der Ecke sitzt immer noch einer Also Die sind da leider noch drin Wir könnten die rechts in das Haus Wir könnten einfach unter die gehen Dann können wir die rausforcen Sollen wir da hin? Dann kann ich eine Zip-Line hauen Einer hat seine Rüstung verloren Ich hau einfach mal hier eine Zip-Line hin Einer ist runter gejumpt Ich geh rüber Er schießt auf mich Ah, da kann ich nichts langen Trifft aber nicht Den der unten ist, sehe ich nicht Ja, einer ist irgendwo runter gejumpt Ich sehe ihn aber auch nicht Ah ja, der ist direkt da drunter Der ist super low Ich geh, äh, glaub ich hoch Gleich sehen Boah, wie viel der aus Ja, das gibt's ja nicht Ist der down? Ne, der ist noch hier bei mir Ist nockt Okay, nice Um, um, um Was sind noch? Ja, du hast ihn, der ist low Keine Rüstung mehr? Ja Nice Oh shit Weißt du, wie viel geht's ich hab? Oh god Die Spitfire Schönes Gewicht am Fuß mitgeschleppt Du bist die Apex-Champions Stimmt, ja, jetzt darfst du mal gucken Wie viel Kills hat er hat Er hat ja nix, oder? 22 Damage 22 Damage Oh my god Wir haben beide 2000 Damage einfach gemacht Oh god, man Oh, the jungle VIP I've reached the top and had to stop And that's what's been bothering me All right